hallo und herzlich willkommen zu einer neuen spade cast episode heute mit mir zusammen die bezaubernde rachel und ich bin nadine die themen die heute auf euch warten sind unter anderem es gab einen fehler auf pokerstars der zu einer hohen gewinnsumme führte dann gab es einen unglaublichen eine million dollar jackpot auf gg poker bei einem 25 dollar turnier dazu gleich mehr ja und dann was soll man sagen die österreichischen oder er sogar die poker code erfolge bei der triton poker series reißen nicht ab ja nach jahren bricht mike poste sein schweigen oder bricht es eher nicht also dazu später mehr im gossip teil und der herr der ringe arie engel über den berichten wir auch aber zuerst starten wir mit online poker news und da hat rachel updates von pokerstars ja genau herzlich willkommen ja da ist ein fehler auf pokerstars passiert die garantie des turniers wurde quasi um das elffache erhöht das war so am im februar gab es ein klassisches hot 82 dollar turnier und die garantie auf dem niveau liegt ungefähr bei 5000 dollar diesmal hat sich aber anscheinend der zuständige mitarbeiter irgendwie vertan und dann stieg die garantie in dem turnier plötzlich auf 56.000 dollar am ende meldeten sich dann quasi also ich glaube es war ein rekord 624 spieler für das turnier an so dass nur noch knapp 5000 zur garantie fehlten also war das jetzt ein fehler fragen wir uns nadine oder war da einfach cleveres marketing dahinter oder sind garantien eigentlich das einzige warum man das spielt oder spielt man sowieso und freut sich dann zusätzlich über die garantie es gab ja auch beim shoot out und fehler glaube ich auch bei pokerstars wie siehst du das nadine absicht oder menschliches versagen ja ich weiß ich letzten sonntag es gibt ja immer das deutsche shootout für einen cent da kann man dann tickets gewinnen und ich hatte mich angemeldet am letzten sonntag und habe mich gewundert dass es nicht los ging und dann wurde es erst verschoben und noch mal verschoben und auf einmal wurde es gecancelt weil zu wenig teilnehmer zahlen und wenn man im titel gelesen hatte gab es tickets im wert von 30.000 dollar zusätzlich das hatte mich so ein bisschen irritiert und dass es dann halt gecancelt wurde hat mich noch mehr irritiert nachdem ich jetzt diese meldung ja mitbekommen hatte dass ein anderes turnier eigentlich eine zu hohe gewinn summe hatte ich weiß nicht ob da gerade fehler unterwegs sind oder ob das beabsichtigt ist also tendenziell würde ich sagen ich lasse mich nicht so von den garantien locken aber wenn es natürlich irgendwo ein overlay gibt ein massives overlay ist das schon interessant man dann das mitzunehmen und zu spielen also so gemischte gefühle ich glaube nicht dass es also da in der pokers situation jetzt wirklich mit absicht war aber natürlich sonst aus marketing gründen macht es schon sinn auch mal hohe garanties um zu kommunizieren und dadurch die spieler zu locken ja das glaube ich auch deswegen gibt es noch eine hohe garantie summe und quasi beginnt jetzt die sunday million season da sind 19 millionen dollar über sechs wochen garantiert hat am 10 märz angefangen und gibt es zum 21 april da ist also einiges zu holen wer da noch mal nachschauen will wie das da genau abläuft der kann bei spade poker punkt tv noch mal gucken aber du hast auch noch news von gg poker für uns nadine mitgebracht genau wir wechseln mal die plattform und da ist was ja spannendes passiert sage ich mal vor allem für den spieler glaube ich der russische spieler toni wallelonga knackte nämlich den bounty jackpot und erhält dafür ganze also eine million dollar und das wahnsinnige noch dabei ist immer in einem dollar sind halt echt schon wahnsinn genug aber das ganze passierte halt bei einem regulären gg masters bounty turnier für 25 dollar bei in also das finde ich halt heftig dass so mit steig spieler da diesen riesen jackpot abräumt also stellst du mal vor du bist du mit steig spieler und du spielst jetzt ein klassisches 25 dollar turnier und da beträgt die garantie 80.000 dollar ja es läuft für dich gut du sammelst schon hast schon mal bauties sammeln können ja und dann bist du halt all in mit einem spieler der nur seinen start bounty hat da machst du ja keinen stress denn da steht sechs dollar und gewinnt das und dann öffnet sich auf einmal diese banderole mit dem jackpot und die geht auf und ich habe es mir angeschaut die zeigte erst sogar einen anderen wert an und ist dann kurz umgesprungen und dann stand eine million dollar also die reaktion wäre immer spannend gewesen wie er vor dem bildschirm ausgerastet ist und ja die genaue genaue hand wie ihr das gewonnen hat und die könnt ihr nämlich sehen auf spate poker.tv slash de da ist es noch mal beschrieben und auch ein video zu sehen also guckt euch das mal an ist ganz witzig zu sehen also wenn die banderole aufgeht kurz einen anderen wert anzeigt und dann auf einmal steht da eine million dollar vielleicht ereilt uns auch das mal dieses glück ich würde es mir sofort auszahlen bevor weil ich denken würde jemand hätte irgendwie ein fehler begangen ich stelle mir auch vor wie das oben bei der bankroll aussieht wenn da irgendwie wie viele nullen hat eine million sieben sechs ja mega krass sechs ja ich weiß auch nicht was dein bankkonto also was dein bankangestellter dann sagt wo kommt das ja erst mal erst mal auf paypal überweisen oder sonne was schaut ja es gab aber noch mehr absurditäten und zwar gab es das online mystery bounty turnier und da wurde ein deal gemacht aber ein sehr bizarrer deal denn was ja schon mal selten ist dass vier spieler gleichzeitig auf einmal vom tisch flogen sprich es waren plötzlich einfach nur noch sechs spieler am final tisch und dann gab es ein deal der wurde ausgehandelt zwischen den beiden letzten spielern und aus irgendeinem grund ich weiß nicht ob es ein bug war oder ob es man sehen sollte konnte man sehen was die beiden sie wie sie sich da austauschten für den deal und am ende war es so dass der spieler auf dem ersten platz glaube ich mit dem wenigsten geld nach hause ging und der dritte spieler mit dem meisten also ich habe das noch mal nachgelesen auf spät poker.tv und blickt da ehrlich gesagt immer noch nicht ganz durch wie man sich da überhaupt so verrechnen kann also wir reden hier von summen zwischen 9000 und 12.000 euro wie das überhaupt kommt also so wie es verstanden habe hat er dann eingeschlagen und dann konnte er auch nichts mehr revidieren ich weiß nicht wie stehst du dazu bist du dann also ich weiß gar nicht ob ich diesen deal überhaupt gemacht hätte oder habe ich nicht einfach ausgespielt hätte also ich finde es total seltsam als wenn sich da irgendwelche jetzt nicht sagen dass sie sich abgesprochen haben aber irgendwie absurd die ganze geschichte das ganze war auf 888 das war online ich finde es so ein bisschen komisch also ich kenne ich weiß gar nicht habe glaube ich mal focus da schon die gemacht da kannst du halt gucken ob du es nach chip machst nach icm oder halt ob du individuell ich glaube ich habe das erst einmal mit jemandem gemacht den ich kenne so mit einer anderen herz dame waren wir im heads up schon gelandet und haben wir in die gemacht so wir uns gut kannten ich bin eher nicht der freund von deals es kommt so ein bisschen darauf an bist du bei life changing money oder wie hoch ist das also dann du hast natürlich immer noch die varianz auch wenn du chip leader bist kannst du noch verlieren ja und wenn die tendiere ich eher zu icm das sagt natürlich der chip leader immer er wird benachteiligt weil es schon auch die kleineren chips da bevorzugt aber es kann sich ja immer alles ändern das ist da halt mit einkalkuliert also nach nach chip count würde ich eigentlich keinem deal zustimmen also tendenz eher ich würde lieber weiterspielen und man muss es so ein bisschen einschätzen gegen welche gegner man spielt also hast du jetzt wirklich noch gute gegner am tisch oder sagst du ich kann die schlagen dann eher kein deal ein bisschen halb von den gegnern abhängig oder man möchte frühmorgens ins bett und das turnier beenden das kann natürlich auch ein grund warum man ein deal zustimmen ja und du machst du die jetzt hast du schon deals gemacht habe ich noch nicht gemacht ich bin dann eigentlich habe ich dann eher auch also es kam jetzt auch noch nicht so oft vor aber wenn dann habe ich doch den ehrgeiz das bis zu ende zu spielen ja außer ich bin sehr sehr müde aber da beim zwei dollar turnier sind die leute jetzt nicht so scharf auf deals daher das ist glaube ich bei dem bei dem nächsten quasi live turnier was wir vorstellen ein bisschen anders da geht so ein bisschen mehr als zwei dollar dabei ist nadine aber mehr was da so in südkorea abgegangen ist ja da gab es auf jeden fall ein deal habe ich im kopf und ja die poker welt schaut aktuell nach südkorea die stadt heißt jeju und dort findet die triton poker serie statt und die bei ins liegen zwischen 15.000 und 150.000 dollar also sagen wir mal das ist eher was für die high roller unter uns und es sind große namen wie fedor holz phil ivy steven schittweg und isaac haxton am start und ja bisher scheinen die spieler aus österreich nicht zu stoppen zu sein und vor allem sind es die spieler ja ich sag aus der fedor holzchen poker code schmiede nenne ich das mal ja und den anfang machte halt einfach fedor selbst beim eröffnungsturnier das hat er gewonnen das war hatte ein buy in von 15.000 dollar und es hat ihm eine gewinnsumme von 786.000 dollar gebracht ja und beim zweiten event ging es dann gleich weiter das war ein buy in von 20.000 dollar und da konnte sich der ehemalige österreichische skispringer und auch der ehemalige poker code grindhouse member im grindhouse 1 war nämlich roland rokita die trophäe sichern und er hat dafür 904.000 dollar mit nach hause genommen im dritten event da hat der deutsche alex tag chef runner-up den runner-up gemacht das ist der zweite platz und das buy in war 25.000 dollar und er hat dafür eine million dollar also knapp eine million dollar kassiert und da gab es nämlich einen deal zu dritt also sie haben alle so um die millionen bekommen und der gewinner war der litauer paulius de kunas entschuldigung weil ich nicht richtig ausgesprochen habe und er hat halt dann für seinen sieg nur knapp 75 ich sage nur knapp 75.000 dollar am preis wird bekommen als der zweitplatzierte alex ja die besonderheit beim triton ist da gibt es kein event nummer vier und auch kein event nummer 14 also das aber glaube irgendwie bringt die zahl 4 da pech ich weiß gerade nicht wer in welchem land das dann ist deshalb springen wir einfach direkt zum fünften event und das hatte ein buy in von 30.000 dollar und ja hier gab es eine besonderheit würde ich mal sagen es gab nämlich keine dachbeteiligung am feine table na ja das hat der spanier adrian matthäus gewonnen und konnte somit seinen ersten treten titel holen welcher mit einem preisgeld von 1,2 millionen dollar dotiert war aber sagen wir mal jetzt wird es wieder zeit für einen österreichischen erfolg weil es ist ja sonst ein bisschen langweilig wenn wir gesagt die österreicher die pokercode schmiede schneidet sehr gut ab bei event nummer sechs was 25.000 dollar gekostet hat das gg millions ja zeigte uns einfach mario mosböck auch aus dem grindhaus 1 wie man mit vier big blinds zum start des feine tables sich einfach noch ein titel schnappen kann und da gab es auch am ende ein deal so dass mario zwar den titel und etwas unter 1,2 millionen dollar mit nach hause nimmt aber der zweitplatzierte spanier dass er joe ido ja sich noch ein paar tausend dollar mehr am preisgeld sichern konnte dann springen wir schon zu event nummer sieben das ist ein 40.000 dollar mystery bounty und da setzte sich der bulgare die mieter dann chef durch und er konnte damit auch seinen ersten treten titel holen und 800 4.000 dollar plus bounties dazu und die serie läuft noch bis zum 21 märz und auf spade poker.tv findet ihr alle details zu den bisherigen events und ihr bleibt dort natürlich auch auf dem laufenden was die aufstehenden events angeht und ja ganz spannend samu war ja auch schon mal im interview der ja auch zu der pokercode gruppe gehört der ist auch vor ort und er hatte jetzt auf instagram gepostet dass die pokercode leute die vor ort sind schon über 3,2 millionen dollar da am preisgeld eingefahren haben und das event ja noch lange nicht zu ende ist also von daher erwarten wir da noch mehr cashes für team pokercode ja mega krass mega krass gehen wir zurück aus südkorea nach frankreich oder eigentlich nicht nach frankreich sondern nach ins kings casino nach roswahrdorf da lief das france poker festival high roller da gab es eine garantie von 50k mit einem buy in von 365 euro plus 35 euro und die garantie wurde auch hier überboten fast 90.000 euro waren garantiert gewonnen hat ein deutscher deutscher spieler mit dem sehr passenden namen ab fast 20k konnte für den ersten platz mit nach hause nehmen beim anderen turnier zwei deutsche schafften es da auch an finaltisch der name ist auf jeden fall ein zungenbrecher ich versuche es aber fladislav poribitni gewann am ende war es noch der deutsche name gerti war noch dabei der als erster ausschied und sich aber dieses wsop europe main event ticket mitnehmen konnte sein kollege dennis lehmann konnte sich schließlich noch etwas länger halten und kämpfte auf dem sechsten platz vor als er mit asdame suited gegen zwei buben aussieht lehmann beendete das turnier nahm preisgeld dann von knapp 17.000 euro mit und das ticket mit nach hause wer da noch mal genau nachlesen will wer vielleicht ab ist und wie die anderen jungs abgeschnitten haben kann das auf spade poker punkt dv nachlesen aber es im roswahrdorf ist ja immer sehr viel los deswegen hat nadine auch noch ein paar news aus dem king's casino mitgebracht genau nämlich seit dem 8 märz läuft da die ich überlege gerade spricht man sagt englisch oder deutsch aus eureka eureka ich glaube wir sagen dass er in englisch eureka und über den gesamten festivalzeitraum sind da 2,5 millionen euro garantiert und das eröffnungsturnier war ein 550 euro turnier im beliebten mystery bounty format und da gab es schon eine garantie von einer halben millionen euro bei dem turnier gab es 1.008 entries und auf den sieger warteten 50.500 euro und unter den 24 finalisten schafften es drei deutsche in den finaltag ja der gewinner des mystery bounces events ist aber der pole jaroslov palkowski und der beste dachspieler wurde kai fata auf den achten platz und dafür nimmt er 4775 euro mit nach hause und spannend aktuell laufen halt noch die day ones davon gibt es nämlich einige für das eureka main event das hat ein buy in von 1.100 euro und einen garantierten preispol von einer million euro tag 1b startet am 14 dritten und es gibt weitere flights bis einschließlich tag 1f und der ist am 16 dritten und der tag zwei startet dann am 17 dritten und der finaltag ist dann am montag den 18 dritten und da werden wir dann auch in der nächsten episode noch über die ergebnisse berichten aber es lohnt sich natürlich auch schon vorher vorbeizuschauen auf spade poker.tv weil da gibt es dann auch infos zwischendurch zu den events und zu den siegern und platzierten und wie die dach community abgeschnitten hat und genau aktuell ist da auch noch der eureka cup im gange der hatten bei ihm von 330 euro und es stehen hat auch noch weitere events aus im high roller segment und abschließend am 18 dritten gibt es auch noch das closer event also da ist noch ein bisschen was los kann man noch hinfahren das was abgeschlossen ist ist glaube ich in lichtenstein oder das warriors im grand casino in lichtenstein oder wie sieht das da aus rachel ja geht es weiter nach lichtenstein da ist das event beendet am ende haben sich vier jungs obwohl ich nicht weiß ob emelia auch ein junge ist aber gehen wir jetzt mal von aus haben sich für ein four way deal entschieden das turnier wurde dann recht schnell zu ende gebracht die spieler entschieden sich dann für ein four way all in vor dem flop bei dem zwei spieler ausgeschieden sind also claudio pizzi quasi hat das turnier gewonnen mit also nach dem deal gewonnen mit 38.000 franken ungefähr und lolly auf dem zweiten platz emmilla auf dem dritten und sandro auf dem vierten platz wäre das aber alles noch mal genau nachlesen möchte weil er vielleicht einen von den beiden kennt oder sich das so sonst für interessiert der kann das alles auf spade poker machen der kann sich die besten hände noch mal angucken denn den live stream gibt es da immer noch und es wird auch highlights auf spade poker geben wo man sich quasi noch mal zurückbiegen kann ins warrior turnier in das fürstentum lichtenstein aber ich dachte ja kurz erwähnst einen weiteren pokerspieler als du anfingst mit claudio pizarro aber nein es war claudio pizzi ja ich habe aber auch direkt an pizarro gedacht da gibt es auch einen fußballspieler der so heißt oder ja genau ich war auch ehemaliger fußballspieler ja okay wir wechseln noch mal den kontinent und gehen zu ja dem poker go studios in las vegas dort fand nämlich die pgt mix games statt also wie gesagt von poker go produziertes festival mit insgesamt zehn veranstaltungen ja welches vor allem fans von nicht hold'em spielen anspricht und ja der daniel negrano verzeichnete da solide erfolge er hat vier finaltische erreicht konnte aber mit platz 2 3 4 und 5 leider keinen einzigen titel gewinnen das ist dann ein bisschen schade die gewinner waren beispielsweise alex livingston denn check jerry wong und mori eskandani insgesamt die ganze serie hat gewonnen der max hoffmann er ist amerikaner es ist nur mit einem n am ende und ihr könnt alle infos zu den events und zu den ergebnissen auch nachlesen auf spatebooker.tv slash de und ich würde einfach mal starten was für events es noch aktuell so gibt wir hatten ja schon drüber gesprochen die eureka im ross verdorf die läuft noch bis zum 18 dritten da gibt es noch die möglichkeit auf jeden fall im main event einzusteigen das kloster zu spielen oder auch im high roller im anschluss an die eureka findet dann auch im kings und rotswadorf finden da die dach master statt vom 20 bis 24 dritten und darauf folgen direkt die german poker masters ja da ist immer was los im kings casino vielleicht schaffen wir es ja auch noch mal dieses jahr dahin zu fahren ich weiß nicht möchtest du was zum nächsten casino sagen wo es los ist oder soll ich einfach weiter machen ich mache ruhig gerne weiter du bist ja auch weiter okay wir halten die reihenfolge ein wie bei den news aus den live events wir gehen ins grand casino in lichtenstein da kommt nämlich ab dem 27 dritten die das 5 bett poker festival und da gibt es dann natürlich auch wieder live streams von spay poker auf dem youtube kanal und dann heiß erwartet glaube ich schon im april vom 11 bis zum 23 sind vierten die wolf millionaires serie in bratislava findet auch was statt im märz noch vom 19 bis zum 25 die europoker championships und dann vom 8 bis zum 15 vierten die banko casino masters gesagt wir hatten berichtet aktuell die driten poker series in jeju und glaube ich oft drüber gesprochen was ende des monats um mustern herum ist irish open ja ich glaube ich war jetzt doch nicht hin habe es nicht geschafft mich zu qualifizieren aber einige bekannte gesichter sind vor ort vom 25 märz bis zum ersten april und dann steht auch schon das nächste große pokerstars events an mit der ep t monte carlo die am 24 april startet also es wird wieder ein sehr volles poker jahr die events reißen nicht ab und ja nicht nur die spiele sind interessant sondern auch was drumherum passiert da kommen wir doch zu unserer beliebten kategorie gossip und allerlei du hast was zu berichten rachel auch aus den las vegas pokerstudios glaube ich genau da gibt es noch einiges da wurden nämlich quasi die global poker awards verliehen so ein bisschen wie die oscars für die fürs für den pokersport insgesamt gibt es da 29 verschiedene trophäen wir wissen ja immer schon pokerspieler des jahres pokerspielerinnen des jahres sind so die die man kennt ähnlich über der oscarverleihung keiner weiß wer die filmmusik gewonnen hat aber es gab auch eine trophäe für die lieblings livestream produktion und da konnten pokerstars live produktionen siegen und dann am ende auch irgendwie spade poker denn von diesen fünf stops war spade poker auch dabei man könnte also sagen wir haben irgendwie nicht wir reden uns das nicht schön wir sagen eigentlich das ist wirklich so passiert so ein bisschen so zwei fünftel oscar gehen jetzt auch auf das konto von spade poker weil die jungs live dabei waren wer das auch noch mal nachlesen möchte kann das natürlich machen bei spade poker punkt dv da kann man sich das alles noch mal angucken und auch noch mal sehen wer in den anderen kategorien gewonnen hat kommen wir weiter zu her der ringe kein film diesmal sondern ari engel auch ein wunderschöner name der hat nämlich seinen 17 wso pc ring gewonnen und führt damit die wettrangliste an ja drei spieler liegen im kampf um die meisterschaft auf dem zweiten platz oben erwähnt die pfahre reichert und hawkins die beiden haben jeweils 15 ringe vor ein paar tagen hat sich noch daniel lorry heißt er glaube ich dazu gesellt der sein 15 ring im 400 dollar monster stack im harris shiro key casino gewonnen hat hier hat er fast über dreieinhalb tausend spieler hinter sich genommen und hat ein preisgeld von fast 150.000 dollar mit nach hause genommen aber ari bleibt vorne auch im vorsprung mit zwei ringen und so ein ring muss man sich ja erstmal verdienen genauso wie so ein bracelet das geht ja nicht ganz so schnell deswegen wird der ari wahrscheinlich auch noch weiterhin vorne bleiben auch da wer noch mal schauen will wer wo auf der rangliste steht kann das auch wieder bei spade poker punkt tv machen das sind jetzt eigentlich ganz schöne nachrichten nadine hat jetzt noch mal den richtigen gossip für uns mitgebracht ja wir hatten es ja schon angeteasert dass mike poste sein schweigen gebrochen hat oder es vielleicht doch eher nicht gebrochen hat also mike poste ist ja ein professioneller pokerspieler und dem wird ja betrug vorgeworfen was er während eines gestreamten cash games ja gemacht haben soll und das ist auch schon fünf jahre her und er hat sich jetzt zu wort gemeldet ja wer aber eine konstruktive debatte mit stichhaltigen fakten erwartet hat der wird enttäuscht ja er wurde einfach auf der gesprächsplattform ex spaces aktiv wo er öffentlich jegliche vorwürfe zurück wie es und ja allerdings wurde der auftritt noch sagen bei dem es sich im wesentlichen um einen monolog handelte von der breiten öffentlichkeit kritisiert da poste keine kritischen fragen beantwortet und halt einfach andere teilnehmer stumm geschaltet hat diese fragen gestellt haben also ein monolog mit sich selbst und es bleibt halt dann abzuwarten ob es da wirklich noch mal einen dialog zwischen mike poste und anderen gibt zum beispiel der veronika brille sie ist nämlich eine der größten kritikerin er hat das angekündigt dass er sich mit ihr wohl auseinandersetzen wird aber ja wir schauen mal was da so passiert und halten dich auf jeden fall auf den laufenden wenn es da neue entwicklungen gibt komisch dass die immer nach fünf jahren erst damit ankommen also praktisch eine grenze wo wir euch jedes also auf jeden fall auf den laufenden halten wo auch wirklich was passiert jetzt regelmäßig ist nämlich bei kevin martin der möchte nämlich von null dollar eine neue bankroll aufbauen und kevin martin war ja auch bei game of gold als kandidat dabei und er ist als pokerstremer bekannt und hab da halt diese wilde bankroll challenge angekündigt dass er halt sagt ich starte mit null dollar und will das ununterbrochen stream wie er die jetzt aufbaut und auf spate poker.tv.de gibt es ein artikel dazu und da ist auch der twitch stream von kevin martin zu finden ihr könnt ihr euch da direkt anschauen und da sieht man halt auch immer tages aktuell seinen gewinn zum zeitpunkt unserer aufnahme hatte er schon 309 stunden gespielt und in dieser zeit eine bankroll von 837 dollar erarbeitet also ganz spannend vielleicht können wir uns aber was abschauen der wird ja dann auch eher so die kleinere der muss ja mit dem free roll angefangen haben damit er überhaupt irgendwie auch auf jeden fall schon mal eine harte zahl für 800 um 800 dollar zu generieren ja gut wenn man microsoft spielt oder so da sind die stundenlöhne ja noch nicht so hoch das sollten wir nicht vergleichen ja und apropos streams und videos auf spate poker.tv.de ist natürlich immer was los so findest du da hat auch täglich streams aktuell von der triton poker series in jeju und ja was uns interessieren würde schaut ihr euch diese streams an von der triton poker series und falls ja wie gefallen die euch also lasst da gerne mal kommentar hier unter dem youtube video da und ja außerdem auf spate poker.tv.de gibt es video zusammenschnitte mit den besten momenten vom wsop final table der 2011 stattgefunden hat bei dem nämlich pios heinz gewonnen hat oder auch ein video mit dem tilt von nick ehrmann und ja ganz spannend auch eine home tour vom poker code in der fedor holz zeigt wie er lebt und da könnt ihr euch mal was abschauen wie man so erfolgreich im poker wird vielleicht ein paar einrichtungstipps auf die dabei helfen erfolgreich im poker zu werden ich weiß es nicht aber ich war er hat eine ganz nette wohnung da in wien mit einem pool auf der dachterrasse ja ja lässt sich außerhalb ich meine in wien lässt sich glaube ich sowieso viel aushalten weil es einfach echt eine sehr schöne stadt ist und dann noch eine dachterrasse wer aber auch noch mehr tipps haben möchte von pokerspielern die es tatsächlich geschafft haben der kann sich auch noch mal die interviews auf spate poker.tv zu gebüte führen da ist zum beispiel interview mit samu müller das promote ich jedes mal weil ich selber geführt habe aber er gibt auch mal abgesehen davon sehr sehr gute tipps spricht viel über mindset was glaube ich auch sehr sehr hilft um dauerhaft beim pokern erfolgreich zu sein wir haben aber auch noch ein schönes interview mit mannig läuser wir haben noch ein interview mit daniel resei und ein interview mit street und dreyer was ich sehr empfehlen kann und daher ja ich würde mal sagen einfach mal gemütlich hinsetzen kaffee kochen und dann einfach bei spate poker.tv ein bisschen stöbern da gibt es auf jeden fall einiges zu entdecken wenn man sich für pokerkontent interessiert ja und nicht nur auf der seite von spate poker.tv sondern ja auch auf dem youtube kanal gibt es nämlich jetzt so kurze highlights so clips von events und auch aus den interviews noch mal highlights und sie haben ja auch ein instagram und tik tok channel also da auch gerne mal ein follow da lassen und wenn weitere gepostet werden likes und wie gesagt wird es dann aus lichtenstein wieder zu dem 5 bett poker series ein live stream geben den ja die liebe mila kommentiert also von daher schaut da gerne rein seit auf den laufenden wenn er den youtube kanal hier noch nicht abonniert habt klickt es einfach mal ganz schnell kostet ja nichts und wir freuen uns natürlich auch immer über einen daumen hoch und über ein paar kommentare weil dann wissen wir dass ihr das feiert was wir hier so machen und damit sind wir heute schon wieder am ende noch ja das war schon wieder ja tschüss und euch ganz viel erfolg an den tischen live oder online und vielleicht sieht man sich demnächst mal ja